Musik Vielen Dank für viele Überraschungen, die wir uns verweitet haben. Vielen Dank auch für den Garten, die wir uns verweitet haben. Wir haben uns gegeben und haben große Emotionen verteilt. Wir haben uns dazu gebracht, jedenfalls große Emotionen zu zeigen. Wir haben uns heute noch heute gerne den Zuschauern, eine riesige Stimmung, die wir heute haben. Vielen Dank für den ganz großen Sport. Wir möchten uns noch einzeln bei unseren Jungen bedanken. Als allergärste vom Komitee, der Künstler, Jan Linder. Sehr gut! Das war bei uns, der Künstler, der Künstler Judah. Ändr Python und der Künstler, der Künstler, der Künstler, der Künstler, der Künstler, der Künstler. Wir möchten uns auch bedanken. Wir haben die Begleiter, die Künstler, der Künstler, der Künstler, der Künstler. Klaus von Lukas. Und dann haben wir Nummer 6, Bernd Eisse. Auf Wiedersehen, wir spielen in der Saison der Sonnabendung. Wir sind in der Saison der Sonnabendung von 2008. Es braucht einen Kier-Sitz. Wir sind in der Saison der Sonnabendung von 2007. Christoph Gizaas. Es ist schön, ich bin in der Saison der Sonnabendung von Michael Eber. Wuhuuu! Der nächste Mal in der Rundung von 2010, Jan Zuckow. Die nächste Saison der Rundung bei der Schulbeschreibung von 2007. Wuhuuu! 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 Applaus Und wir bedanken auch unserer Flüchtlinge, Jebs Maier. Ja! Genauso bedanken wir uns noch an Erdusch, David Müller. Bei seinem Co-Trainer, Red Pistole. Wir bedanken uns Gott sei Dank, Herr Kralis, und die wir heute in der Gesundheit in der Gruppe wünschen, meiner Zahn. Oh, Jungs, Jungs! Hey! Steht die Richter an! Applaus Und weil für mich, für uns, seinen Vorteil der Mannschaft, das war bei den Niederlanden. Applaus Danke für diese Saison. Wir wünschen euch viel, viel Erfolg nächste Woche in München. Und dass wir dann auch sagen können, nächste Saison für den ersten Bundesliga-Baskeball in der Innenstadt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank nochmal ans Team. Applaus Und wir wünschen euch für die neue Saison und für die neue Familie. Dankeschön. Applaus 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 Applaus